Wenn dein Leben in deinem Kopf drin ist, dann halt dein Schnauze, wenn du ein Fahrrad hast, dann fahr doch weg, wenn du das willst. Wenn du nicht mehr leben willst, dann... Aber mach keinen Scheiß, komm, leb weiter. Weil das andere hat keinen... Hey, wer ist dein Gefreund? Wer ist deine Freundin? Tu deine Hände hoch. Das ist eine Birne. Das ist ein Apfel. Wenn du das zusammentastest, ist es eine Apfel-Söhne. Und alle zusammen. Apfel-Söhne.